Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers, erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Willst du es tun? Die Axt kommt nicht zurück. Wer ist das, Junge? Lass ihn! Was ist das? Es ist die Welt, Schlaf. Bleib ruhig, Junge! Die will ich! Das ist toll! Sie ist nicht! Ja! Mutter sagte, sie ist nett! Was sagt sie? Keine Ahnung! Das... das war unglaublich! Hey, da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg! Seh nur! Das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hm? Und da ist sogar ein Dock! Da! Neben der Flagge! Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprösslingen! Ich hab da was für euch zwei! Brock? Aber wie bist du... Das kicke ich einen Dreck an! Und jetzt rein hier! Ich hab was für euch! Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen! Ich war zuerst hier! Na gut! Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen. Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Iktrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwo hin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. 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 Nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Dann... Wow. Wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach ja. Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das gibt mir mich etwas an. Und, äh, das bezweifle ich gar nicht. Äh, die Klinge kenne ich. Das ist deine von uns, aber... Die war nicht für dich gemacht. Weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas... Missfallen, wenn sich herausstellt, dass... Du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Fae ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich... Verbessere diese Axt. Aber... Niemand hat darum gebeten. Ja. Ja. Stimmt. Aber deine Mutter. Sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch... Meinen... Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja. Doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Ich schwör's bei Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja. Aber... Kannst du sie bitte da drüben hin... hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Ich werde... Ist das Blut? Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenn es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich hab keinen Schimmer. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Lasst ihn los! Vater? Ich bin bereit. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund. Ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Hm. Da. Neun. Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur im See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an. Und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden. Und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz mitgab umspannt. Ha! Es stimmt. Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Klopst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Ha!